Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe. Wheelspin steht an in der liebevoll genannten Abfuck-Edition. Also wir nennen das nicht wirklich so, ich muss mir irgendwas überlegen, wie wir es nennen. Du siehst es im Titel und vielleicht auch im Logo, wie wir es nennen, aber wir nennen es jetzt intern erstmal Codename Abfuck-Edition. Denn, um es kurz zu erklären, nach eurem Wunsch, wir fahren mit Schaden, also mit Kollision und Simulationsschaden. Sprich, einfach einen abschießen kann man schon mal machen, um ihn abzufucken, aber man fuckt sich auch dadurch ein bisschen selber ab. Weil, naja, man hat dann halt einen Schaden und das nicht nur am Kopf, sondern auch am Fahrzeug. So, egal, mit dabei heute bei dieser ganz besonderen Edition ist natürlich Andi, der hat richtig Lust drauf. Das ist genau sein Fahrziel, andere zu nerven und sich selbst zu erinnern. Äh, Aragos mit dabei, Murmel, Hasbert, Chefim, Pixelbombe, Supernoob, Acidburn, ähm, dann, ja, hier im Team-Sieg nennt er sich Flex, äh, bla bla, dann Alex und die Stoppersocke. Grüßt euch alle. Moin. Grüßt euch. Moin. Hallo. Hallo. Ja, äh, Freundschaften werden heute auf jeden Fall keine geschlossen, eher die, die schon da sind, werden zerstört. Äh, das liegt eigentlich auf der Hand. Ich blende aber wheelspin-technisch trotzdem nochmal ganz kurz die Tabelle ein. Ähm, denn das ist natürlich mein Endgegner, jetzt schon mal gleich zu beginnen. Also, was ihr mit mir jetzt gleich in der Folge anstellt, das ist mir eigentlich echt egal. Ich werde euch zwar anschreien, das ist klar, das gehört hier eigentlich zu der Folge dazu, aber meine Endgegner sind natürlich wieder die Spins. Ähm, ja, ihr seht's vor euch, also, wenn ihr unter 10.000 oder 10.000 dreht, kriegt ihr 10.000. Bei Items, die grün, blau, lila oder gold sind, gibt's entsprechenden Gegenwert. Und, ich würde sagen, wir legen los, wir haben uns auf 4 Spins geeinigt, die wir drehen, ganz normale Wheelspins. Und, äh, ganz normal, wenn man ein Fahrzeug zieht, dann muss man's auch verwenden. Bei zwei Fahrzeugen muss das günstigere für den halben Preis sozusagen verscherbelt werden. So, ups, ich war ja eigentlich richtig. Und dann geht's gleich mal los. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ganz ehrlich, das ist eine Ehre von Ray angeschränkt zu werden. Geil, direkt mal in der Anglia. Ehrlich jetzt? Läuft sich sogar. Ach, fängt mich doch. Die würde ich auch verweigern, Alter. So, so viel ist es echt. Ja, genau, und dann auf einmal verweigern. Ja, das würde ich gar nicht schon wie in einer Anglia fahren. Na, egal, ich kann jetzt ja, ich, ich, ich muss jetzt einfach mal gucken. Fuck off. Ja, das ist fuck doch off. Wenn man den 1.000.000 in Spins zieht, was muss man dann machen? Also, ich muss sagen, ich bin bis jetzt nicht überrascht, was ich hier so ziehe. Also, ich, ich glaube, ich habe gerade so den Ray ausgepackt hier. Wenn ich mir das Ganze anschauen. Dann ziehe ich aus Spaß mit dem fünften Spin, wäre eine Corvette gewesen. Dankeschön. Mein Gott. Nur Scheiß. Ey, ganz ehrlich, fick dich, Format. Ey, ich habe echt keinen Bock mehr so langsam. Ich habe echt keinen Bock mehr. Ey, es wird doch dem Namen gerecht, oder? Ah, ja, Mann. Ey, ohne Scheiß. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das Format nenne. Wahrscheinlich so Crash Edition oder sowas. Oder Rage Mode, ja. Willis mit Rage Mode. Aber, aber dann Ray mit Doppel-U. Ja, ja, Rage Mode, ja. Ja, ich sage gleich meinen T-Shop, warum ich mich jetzt über die Spins so aufrege. Weil prinzipiell, die eine Hälfte der Spins ist gut, aber naja, egal. Äh, wir gehen schon mal hier, ja. Machen wir. Genau. Oh mein Gott. Ja, wir haben wieder 15 Minuten Zeit. Ich move einfach direkt raus und dann könnt ihr damit schon direkt anfangen. Ich wünsche euch viel Spaß. Bitte, Lü. Kannst du mich? So, äh, ja. Zeit läuft. Und, ähm, ja. Worum ärgere ich mich so? Ähm, wir haben 170.000 und 100.000 gezogen. Mega geil eigentlich. Wir könnten so ein böses Ding aufbauen. Aber wir haben den MK1 fortgezogen. Und, ähm, ja. Der ist halt, äh, wohl nicht so geil. Egal. Wir dürfen umbauen, was wir wollen. Und daraus müssen wir jetzt einfach, ich hoffe jetzt einfach, dass wir die Mega-Umbauten machen können. Ich mach jetzt auch, ich bin ganz ehrlich, ich mach auch die hässlichen Vorzeitspoiler drauf. Das ist mir alles egal. Ich muss es, ich geh jetzt einmal in die Vollen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo der ist. Der MK1-Fokus ist, da haben wir ihn. Und, äh, ja. Wie ist es prophezeit aber? Das Ding fuckt mir hier aber vorher schon so ein bisschen ab. So. Und ich weiß auch, ich glaub, ich hab noch nie in einer Folge so viel Fuck gesagt. Aber ich glaube, das ist okay, oder? Das muss man nicht rauspiepsen. Schreib's mal in die Kommentare, um was rauspiepsen muss. Das ist ja geil. Ähm, ist es dann eh schon zu spät. Aber jetzt, für die Zukunft. Ja, egal. Wir gucken mal, was gibt's für Motoren. 1,63 Liter rein, 14 Liter. Boah, da weiß ich gar nicht, ob man, wo man mehr Leistung rausholen kann. Wir bleiben mal beim, oder ne, das testen wir mal aus. Wir gehen jetzt erstmal zum Motor. Gucken wir mal beim Motor-Maximalaufbau, wie viel Leistung man tatsächlich rauskitzeln kann. Dann gucken wir mal beim Turbo-Rally-Motor, wie viel Leistung da so geht. Aber eigentlich würde ich schon ganz gern beim Serien-Motor bleiben. Äh, 343 kW, 590 Newtonmeter. Oh, ich glaube, dass der Rally-Motor tatsächlich da mehr kann. Gucken wir einfach mal. Oh ja, das sieht schon stark danach aus. Ja, da machen wir den Motor rein. Ähm, dann wollen wir hier auch munter drauf los. Ja, ich mach mal Offroad. Mal gucken, was für Disziplinen heute kommen. So. Ja, wobei, vielleicht würde ich auch eher die... Ich weiß ja nicht, ob wir... Ne, wir nehmen mal die hier. Äh. Äh. So. Ist mir jetzt egal, ob das schön aussieht oder nicht. Ähm. Ja, die bringen alle keinen Anpressdruck. So, weil wir es einfach können. Machen wir das auch noch dran. Ja, Handling-Wert ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Aber ja, Leistungsindex ist halt... Achso, wir können noch Allrad einbauen, ganz vergessen. Das sollten wir vielleicht auch noch tun. Ähm. Und dann kommen wir... Wow. Auf einmal auf 925er LI. Was ist da passiert. Alles klar. Müssen wir natürlich das hier auch noch anpassen. Wird sich natürlich bestimmt richtig geil fahren. Aber ist egal. Machen wir mal. So. Installieren. Und dann suchen wir uns noch ein schönes Design aus. Dann versuche ich das Fahrzeug ein bisschen einzustellen. Und dann gucken wir mal. Aber ich denke mal, gerade weil wir in der Heuning-Ausgabe sowas komplett Verrücktes machen. Und das war ja ein großer Wunsch von euch. Endlich mal Kollisionen und Schaden anzustellen bei Wheelspin. Vielleicht ist die erste und letzte Ausgabe, wo wir das so machen. Aber, ähm... Ja, vielleicht ist es dann auch... Hallo, ich möchte es gerne laden. Ist es dadurch auch echt egal, was du aufbaust. Wir werden ja wieder in Teams fahren. Und bin ich mal sehr, sehr gespannt. Einfach, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin auch sehr gespannt, wenn Minispiele kommen. Äh, wie es dort dann sein wird mit Schaden. Ich kann mir das auch vorstellen, dass es auch eine... Eine sehr, ähm, ja, impulsive Geschichte wird. Und ich warne jetzt auch an der Stelle schon mal vor. Es könnte laut werden. Es könnte geschimpft werden. Und viele weitere Dinge. Oh Gott. Okay. Ne, ich muss ein paar Sachen einstellen. Erstens mal ist es viel zu weich eingestellt. Also auch wenn wir Offroad gleich nachher fahren. Aber, ne. Wobei, die Höhe könnte ich lassen, aber das ist zu weich. Das können wir nicht machen. So. So. Da gehen wir in die vollen. Armbräßdruck muss sein. Und dann Getriebe. Weiß ich gar nicht. Bringt das was da wirklich? Kriegen wir da noch Topspeed raus? Ja, ein bisschen. Ja, aber nicht nennenswert. Ähm. Da haben wir mal weniger Reifendruck. Mal gleich mal ausprobieren, wie sich das Ganze so fährt. Ja, übernehmen wir mal. Ja, durchzug ist schon mal geil. Wenn wir wegen gerade mal so knapp eine Tonne oder sowas. Wir haben schon ordentlich Bums drunter. Ja, was ich vielleicht noch ändere ist, ähm. Ups. Nein, nein, nein. Ähm. Ist vielleicht Bremsdruck und Bremsballons. Ähm. Da ist mich das eher nach hinten. Na, wobei. Machen wir mal 120. Natürlich Geschmackssache, aber probieren wir es einmal mal aus. Wow, da werden wir gleich weggeräumt. Große Frage werden natürlich sein, wie wird sich das Fahrzeug fahren, wenn wir halt Schaden drin haben. Ich bin vor allem auch sehr gespannt, das ist ja eigentlich auch ein bisschen so ein soziales Experiment. Ähm. Wie sich die Leute gerade auch, die im selben Team unterwegs sind, so engagieren werden. Wird darauf geachtet, dass man sauber am anderen vorbeikommt? Oder wird dann einfach wirklich grundlos gerammt und das Geschrei wird ganz groß? Ich bin mal echt sehr gespannt, also wie sich die Leute so engagieren werden. Ja. Also was das Fahrzeug schon mal echt nicht gut kann, ist so ein bisschen der Turn-in irgendwie. Das muss sich echt ein bisschen ändern. Und deswegen machen wir gerade mal hier so ein bisschen sowas. Ähm. Ist ein bisschen weicher und dann auch das 1 runder. Und vielleicht dann doch so. Wollen wir gerade mal gucken, wie sich das verhält. Naja, jetzt genau das passiert, was ich eigentlich nicht möchte. Jetzt haben wir zu sehr das Problem, dass der mir hinten abhaut. Ähm. Ja. Jetzt mal das mal so stehen. Ich meine, wir testen jetzt halt gerade auch im Winter. Wir werden natürlich nicht noch immer in der Winterjahreszeit fahren. Also es kann natürlich schon passieren. Zufallsgenerator entscheidet ja die Jahreszeit. Ja, das wird schon irgendwie passen. Aber wobei ich habe ein bisschen, vielleicht muss ich Stiff doch ein bisschen weniger nach vorne legen. Tatsächlich. Bilden wir es mal so aus. Mal so ein bisschen nach vorne. Aber gerade beim Rausenschönen ist es mir doch zu sehr Front-Ribler-Style. Oh, ne, oi, oi. Naja, ein Sportwagen ist es halt nicht. Aber wir haben mal gucken, was die anderen so gedreht haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich meine, für die Minispiele, falls die drankommen, glaube ich, haben wir ein ganz gutes Fahrzeug. Aber mehr halt auch nicht. Ja, ich lasse das jetzt so. Das passt schon. Ich würde sagen, wir machen einen kurzen Cut und gehen direkt mal zur Vorstellung der ganzen Fahrzeuge. Und gucken mal, was die anderen da so zusammengebaut haben und so gezogen haben. Gehen wir es durch. Und fangen mit Rex, beziehungsweise Flex. Rex, der Rexflex, einfach mal an mit seinem Opel Speedster, beziehungsweise Vauxhall Speedster VX. Irgendwas schießlos. Was hast du gezogen? Was hast du zusammengebaut? Also, das muss ich jetzt erst mal gucken. Ich glaube, ich habe 10.000 gezogen. Also, du musst jetzt nicht alles einzeln aufzählen. Kurze Zusammenfassung einfach. Ich habe 95.000 gezogen. Vollscheiße. Und ja, dann dachte ich mir, hole ich mir dafür auch in meiner Meinung nach schlechtes Auto. Alles mit Vollscheiße ist hier. Ja, du hast immer noch eine Brauntur besucht, oder? Das ist eigentlich komplett ein Vollaufbau. Okay, dann Alex. Passt, ohne Motorswap. Ich habe eine Million und 30.000 Credits gezogen. Die eine Million haben mir echt den Arsch gerettet. Davon habe ich mir jetzt ein bisschen ein Auto rausgegeben. Wie hast du die Millionen zusammengekriegt durch eine Million? Durch eine Million Respin. Alter. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr diesen seltenen Spin so oft in der Folge zieht. Ey, das ist der Wahnsinn. Ich kann es auch als so vielen Teamspeaker einmachen. Nee, alles cool. Ich glaube dir das. Das ist nur krass einfach. Ich nicht. Sherlock, Andi ist schon am ermitteln, ja. Davon habe ich mir jetzt ein GT3 geholt. Und ich habe mir gedacht, ein paar Torvola, da könnten die mir jetzt nicht schaden. Also hast du gleich fünf eingebaut. Finde ich gut. Genau. Gut, dann Jeffim. Also ich habe 335.000 gezogen, habe mir davon eine G-Klasse geholt und bin dann einmal über den Weihnachtsmarkt gefahren. Ja, ich wollte gerade sagen, hast du die G-Klasse vom Nikolaus geklaut, ey. Oh Mann. Ja, dann Supernoob. Also ich habe gezogen 10.000, den MX-5, nochmal 20.000, dann nochmal einen Golf GTI. Den durfte ich dann wieder für 10.000 verkaufen und habe so das Nötigste eingebaut, so ein bisschen Leistung und Fahrwerk. Ja, dann haben wir, glaube ich, Stoppersocker mit seinem unsichtbaren Bootmobil. Nicht schlecht. Ja, also im ersten Spin hatte ich einen 1973er Skyline, den durfte ich dann zum Glück für 85k verticken. Im zweiten und dritten Spin habe ich dann jeweils 10.000er Kleidung. Und dann im vierten Spin habe ich nochmal den 2011er SLS-AMG. Ja, dann hatte ich 105 zum Tune, 105.000, habe dann den dicken Bau BN eingebaut, Vobolader dran und noch ein bisschen was an der Leistung gemacht. Alles klar. Murmel hat sich auf jeden Fall schon mal für einen sehr bissigen Lotus entschieden. Ja, ich habe zuerst eine Million gezogen tatsächlich und dann einen geilen Lotus. Alter, ich... Anzeige es echt raus. Anzeige es echt raus, oder? Ich habe sogar so ein Beweisbild gemacht. Ja, genau. Ich mache jetzt einfach auch mal einen Screechorn, will ich den mal ziehen und dann... Google Bilder, eine Millionsbild. Das wird halt einfach nicht passieren. Ich habe vier Millionen gezogen. Und eigentlich ist es echt lustig, weil es 500 Kilo auf knapp 600 KW sind, also... Das kann was werden. Ja, viel Spaß. Ja, viel Spaß. Ja, viel Spaß. Ja, viel Spaß habe ich rausgefunden. So, also ich habe natürlich eine Million gezogen, aber um, dass es nicht so auffällig wird, habe ich mich dann für den MK1-Fokus entschieden. Nein. Ja, MK1 gleich als erstes gezogen, danach sehe ich eigentlich ganz annehmbare Spins gezogen. Also, ich muss das jetzt gar nicht aufzählen, einfach Vollaufbau, was halt geht bei dem Ding. Aber, ja, wird spannend. Bombe. Ja, ich habe 245.000 gezogen, habe dann den erst sechs geholt, habe dann gedacht, okay, dann klatschte da jetzt mal den R8 rein und ja, quasi Vollaufbau. Okay. Andi? Ich hatte 130.000, habe von Anfang an beschlossen, der Kerngedanke lautet rein und habe mir in zwei Tonnen aufgebaut. Ja, so ist es richtig, hätte ich auch gemacht, aber ich konnte leider nicht. So, Ace It Burn. Ja, ich hatte im ersten Spin ein Renault Clio RS, ein 13er und dachte mir, super, das kann was werden mit Simulationen der französischen Wellblechhütte und habe dann im zweiten Spin glücklicherweise den GTR gezogen und dann hatte ich noch insgesamt 30.000 gezogen. So, also, lieben wir 44.500 zum Tunen, die stecken da drin. Cool. Aragors hat gesagt, fährst du quer, siehst du mehr, die du upcrest und hat sich für einen Trifter entschieden. Das war gleich das erste Kackteil, was mir entgegengesprungen ist, das habe ich gleich genommen. Dann habe ich nochmal 20.000 insgesamt gezogen und einen Polarist, also richtig schön krasses Budget von 32.500 und ja, was willst du machen? Du sagst beide erst, du wiesst mit Folge aus. So, dann Hasbert. Er hat schon mal gut angefangen mit 5.000, dann noch ein Golf R32 und ein Ford Bronco und dann den schönen Rally Cross Beetle hier, das heißt 39.000 zum Tunen und ich habe gerade mal nicht ganz ein Drittel davon gebraucht, aber mehr hast du ja nicht zum Tunen. Dann würde ich sagen, die Projekt-Codename Upfuck Edition, so wird es nicht heißen, wie schon gesagt, aber ist glaube ich voll im Gange, die Motivation ist riesig, es freuen sich jetzt alle drauf und ich würde sagen, nach einem kurzen Cut geht es dann auch schon los, weil wir müssen einen nochmal neu einladen, also bis gleich. Jawohl, ich habe schon mal den Dicken bei mir im Team. Und Andi auch noch. Ich habe den Weihnachtsmann. So, jetzt jeder grübelt, fuck. Wer wäre heim dahinter jetzt? Und du hast eine Kanonenturgen gesehen. Ja, ich habe es schon gesagt, das wird auf jeden Fall jetzt ein soziales Experiment werden und ich bin mal sehr gespannt. Denkt an, es ist nicht nur Kollision, es gibt auch Schaden. Erste Kurve, alle verlieren ihre Reisen. Ich habe aber gerade schon gesagt, gerade bei dem Format ist es jetzt mega scheiße, dass Kollisionen, egal was man einstellt, immer aussehen für die ersten 30 Sekunden. Wer hat gerade gesprochen? Ich glaube, das ist halt einfach eine Ü18-Ausgabe irgendwie. Heute. Ja. Jetzt dann später mit den ganzen Wörtern, die es dann fallen werden. Ich glaube, da muss ich einen Disclaimer vor die Folge hauen. Ein Disclaimer? Achtung, hier wird getisst. Ja. Ein Disclaimer. Das wäre ganz schlimm. Das wäre ja schon Piavo-Niveau. Das ist ganz schlimm. Jawoll, das war ein Disclaimer. Da haben einige, glaube ich, den Checkpoint verpasst. Ja. Ja. Ich auch. Jawoll, vorwärts geht's. Ich hoffe, ich habe nicht zu oft Selbstmörderreifen draufgehauen. Ach, guck mal an. Fünf blaue hinter mir. Ja. Na, viel Spaß, Andi. Du blockierst sie, würde ich sagen. Dankeschön. Nein, Alter. Winkler der SLS da weg. Oh Gott. Warum? Wofür ist SLS? Schau doch mal in die Telemetrie wegen Schaden und so, ne? Wie bei C-Power, ja. Ja, mach ich schon. Ich fahr, ich fahr nur mit Telemetrie. Oh Gott. Ich lasse Telemetrie für mich fahren. War nicht so intelligent. So wie in der Formel 1? Ja. Jo, das war richtig geil. 26 Prozent. Danke. Vielleicht kann man fahren. So wie in der Formel 1? Lol, ich hab noch nichts am Motor. Was? Du hast keinen Motor? Du hast nichts am Motor dran. Nein, ich fahr nicht. Keine Spritleitung, kein Tank, gar nichts ist dran am Motor. Keine Zündkerzen. Kein Turbolaber. Ne, bloß gesetzt. Also nur der Motor. Wo der Lader sein sollte, ist jetzt ein fettes Turboloch. Ich glaub, den Blauch hat wohl Angst vor dem, die kommen nicht, Mann. Boah. Boah. Ja, doch wieder das ein Blaue dazwischen auch. Was ist das deswegen? So? Also bis jetzt läuft's noch echt gesitteter ab als gedacht. Echt so? Ja. Das fällt. Aua. 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 Besser wie der Winter, der aktuell eigentlich ist. Aua. 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 hast du mich durch angepasst? weißt du nicht folgt stopp nein der Mann war völlig ey jetzt macht ja vor allem jetzt muss man ja auch überlegen wie man welche Ruden fährt man kann jetzt nicht einfach sinnlos irgendwo runterspringen doch ja kann man schon aber es tut halt weh wenn man richtig landet dann geht das im Rasensil des Wortes sinnlos wenn man auf so einem Ram landet dann komm wir versuchen jetzt eigentlich auf uns zu machen dann hat man ja eigentlich Glück die Tür gehabt doof ist nur wenn der unter dem Ram land ist er zaunt denn mal also mein Auto ist ganz gefährlich weil ich hab kein Halo versteh ich nicht da ist das Cockpit offen dann bestelle doch Halo Master Collection dann hast du ganz viel hallo ja bist du gar nicht hier rumliegen die Master Chief Collection ist die jetzt eigentlich schon raus für PC oder kommen die noch die wurde noch nicht mal angekündigt also das Release Datum wurde noch nicht mal angekündigt was das ist glaube ich seit Mai oder sowas bei Steam schon in der Liste drin aber man kann es einfach noch nicht bestellen ich habe es zum Glück noch für Xbox ich auch aber ich habe es da nie gespielt totaler Fehlkauf eigentlich gewesen und jetzt wo es auf dem PC kommen soll habe ich irgendwie Bock drauf aber ich würde es wahrscheinlich auch noch kaufen und nicht spielen aber hey das ist das aber meine Xbox der Master war der teilt jetzt Geschenke aus oder Schellen die Gefahr ist jetzt natürlich auch bei dem Modus dass wenn man seinen Maid wieder zurückholen will dass man ihn da komplett zerstört dabei oh ja das kann natürlich passieren genauso ist es natürlich jetzt auch für die Infizierten vielleicht nicht unbedingt schlau den Gegner komplett kaputt zu fahren weil man sich damit auch selber kaputt vielleicht ich weiß es nicht ich bin kein Experte auf dem oder soll ich einfach die Infizierten fertig machen also ich würde einfach sagen das wäre natürlich auch eine Möglichkeit dass wenn du ihn schon eh infiziert bist dass du sie einfach zerstörst mit Angst Terminare so ähm genau hat gut geklappt hätte mich kaputt gehen ich sag dir wer mich rammt der kriegt den vollen Frust Amerikas zu spüren ah dann hast du dir das gesetzt warum hast du dir eine blonde Perücke auf dem Luftfilterkasten gesetzt oder was das ist nicht wahr ich weiß nicht ich weiß nicht jetzt hab ich keinen Schaden gesehen doch schon ein bisschen uah zum größten Spoiler nicht so da kam Drifter an den Drift flogen das wird gerade er nicht hörn alter wird der Opel gerade wirklich langsam am Wasser oh mein Gott wow ah der geht zerstörbar an das willst du nicht doch doch das will ich jetzt jetzt komm her das willst du auch nicht doch ja genau den mach ich fertig das war nicht gut was ich hab schon 3 angemalt das geht gar nicht klar sowas geht gar nicht klar ich hab einen wackner weg ich brauch immer jemand der geheilt ist oh hallo Ray komm her komm her komm her ich überschlag nicht fast nein oh nein kommt einer nein ja du rückst mir rum aus so ein kleines Auto aufmurmeln den kann man ja gar nicht berühren Murmler hast du verdorren ja oh ich hock einmal im Auto und einmal neben mein Auto du stehst komplett neben dir ey ok das lief jetzt leider nicht so geil ich hab einen Klon der Luftwagen hat tatsächlich zwei geholt das gibt's ja gar nicht der ist so um die Ecke gefahren ey der ist auf mein Auto war der Audi danach noch funktionstüchtig ich bin ja immer über Max drüber gefahren das glaub ich dir nicht ich hatte glaube ich 28% Motorschau ich bin extra nach vorne ich bin reingefahren eine Minute und 29 na lass uns mal loslegen warum fahr ich grad auf die Infizierten zu treib mich gerade auf ich schlag mich auch gerade was tu ich ist ja grad ne Kuppe ey Weihnachtsmann geht klasse ihr kriegt ja noch Skiddle aber jetzt nicht oh nein oh scheiße das war jetzt blöd das war jetzt dummer Zufall und ich überschlag mich dabei wow super toll ah du hängst da ein bisschen fest an die ja ich komm hier auch nicht mehr runter Japhim willst du mir so nen Kick geben ne ich häng hier jetzt ich komm hier nicht raus kannst du dich nicht zurücksetzen nein das war richtig böse das blöd ja ich bin aus dem Spiel raus ich häng hier einfach Japhim vielleicht ich würd gern aufholen zu dir aber ich kann nicht ich hab nein oh shit ich vollidiot komm holt ihn euch mach ihn fertig mach ihn fertig nein also die erste Beleidigung war auf jeden Fall gegen mich selber ja komm verballe mich komm Rex befalle mich befalle mich Rex das war's überschlagen komm 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 oh nein oh nein ich spring drüber scheiße ey oh nein land nein nein fuck nein sprung in der Hoffnung ich land auf ihm drauf schneller geschafft oder alter das ist jetzt genau die umgedrehte Version zur letzten mal infiziert nein ich schrei gar nicht rum einmal mal drauf gehofft dass ich auf dem drauf land ey das war merkender wie viele Sekunden waren das nicht mehr glaube ich oder das war die letzte 2 oder so echt ja 2 ich glaub auch die letzte Sekunde ja das war jetzt im Schama schade wirklich schade ja rotes Team ist halt der Mexe die rote Farbe die strahlt einfach die Aggressivität aus die ist halt am so braach nicht wahr so gab er genug vom vom Herbst würde ich sagen ab in Winter ab in Winter rein in den Frühling doch ja nach Herbst kommt Frühling das ist auch korrekt ich weiß nicht wo ihr lebt ich hab vergessen ich hab ja einen ab nur drauf gebraucht globale Erwärmung ich hab am Winter geboren sagt so ein bisschen doof dann aber und dazu noch ein Querfeld einrennen damit es auch richtig Sinn macht wenn du das wiederholst bist du und sterben äh woher weißt du dass wir was ich hab geraten das wär cool wir haben ja auch vorher ausgemacht welches Rennen wir dann fahren ihr habt ja das das hast du also wirklich gesagt aber ich hab's schon wieder vergessen nein spaß ich ne ich weiß noch nicht aber äh ihr habt ja gescriptet von dem her wie ne ja Andi's Scripts sind immer äh sehr ja der Andi braucht ne stärkere Firewall jetzt kommt tatsächlich wirklich nur noch langweiliges Straßenzeug ja deswegen haben wir auch grad infiziert gehabt jetzt wo es kein Mensch braucht genau naja ich würde einfach mal gern wieder ganz in der Kolonne sehr cool naja tue ich wenn ich im Freeroam bin nämlich überschlagen das doch auch einfach verzeichnet tödududu da nackt einfach mal nackt wo hat der Beetle übr.... eigentlich seinen... seinen Motor das weiß ich grad gar nicht na tatsächlich vorne total der Mitte im Auto der Mitte hat's vorne der Käfer hat's hinten da das sind doch noch nicht beint ne aber nur beintes halt der der Lady Crows halt ja sein könnte dass der woanders hingesetzt hätten das stimmt ja für Ansicht wurde abgebrochen geil Wormut wird es abgebrochen Alles gefixt, gar kein Problem. Die läuft einwandfrei. So, Einladung kam. Das heißt, du musst eventuell nachjoin, Ray. Über LB. Nee, ihr nehmt die einfach nicht an. Okay, wir gehen wieder alle raus. Hä, wieso erstelle ich jetzt nochmal neue? Ich will jetzt nicht nochmal neue stellen. Achso, weil ich da drauf... So, jetzt nochmal neue. Oh, die geht klasse. Danke. Was zum Porsche? Was zum Porsche? Hä, jetzt läuft das Alde doch ab, obwohl es hieß, es ist abgebrochen. Okay, das ist doch Schwachsinn. Äh, ja, danke, Alex. Ich würde einfach mal ein paar Sekunden warten, bis wirklich bei jedem das komplett alles durchgelaufen ist, und dann probieren wir es nochmal. Ist bei jedem durchgelaufen? Ja. 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 Nee, achso, nee. Der SV. Der SV, Entschuldigung. Wir können der Team Rot jetzt rückwärts fahren lassen. Faktor. Ja. Das ist so schlimm, wenn ich das gar nicht. bei Mario Kart wäre es halt natürlich brutal. Ja. Und der Panzer darf es natürlich, hat aber keinen Schaden. Ja. Der kann richtig alles kaputt kloppen. Wäre interessant, oder? Wollte grad sagen, kommt da überhaupt einer ins Ziel? Nein. Ne. Das ist auch die Mario Kart, keiner kommt ins Ziel Edition. Nein. Bei Mario Kart, keiner kommt ins Ziel Edition. Nein. Das könnte nicht, das könnte nicht. Dann würden wir dich freuen, wenn der bei Mario Kart auf einer Banane wegrutscht. Die Regenbogenstrecke 20 Rücken oder was? Ich verabscheue diese Strecke. Schade. Das macht euch keinen Unterschied. ich freue mich auf den abschnitt in ampel seit der wird schön herum wartet einfach bis sich vorhin mit knäubeln und dann pflügt er einmal durch naja es muss an die erst mal vorne starten dafür aber ich kenne mein glück wenn ich da einmal kriege ich sieben von sechs teammates aber du willst welche das ist ja schon wenigstens es ist mehr als andere von sich behaupten können hat man zielwasser getrunken im wammel wieder sieht erst mal ja gar nicht mal so eine scheiß kurvenlage er hat er hat er hat nur nicht so viel adress druck er neigt dazu gerne abzuheben bei der leichtesten bodenwelle also das ist ein kleiner nachteil mangel aber ansatz ist ja ganz gut denke ich mir auch gerade so nicht so schnell Komm, hast mein Bein für dich. Ja, ich will, ich trau mich halt auch überhaupt nicht zu überholen. Nein, da sind Steine, da sind Steine, da sind Steine. Sehr gut. Na toll. Oh, da ist der Ray vorbeigegangen. Ja, zum Glück hat er die richtige Straße freigehaut. Oder Rex, oder keine Ahnung. Alter, ich hab richtig Angst zu überholen. Das ist halt unnormal. Ja, das ist echt so, man geht viel vorsichtiger an diese Hohlmanöver ran. Oh, geht auch nicht. Boah, Acid, jetzt verpiss dich. Alter, Kollege. Dann mal freundlich. Du hättest was gesagt, dass du von hinten herkommst. Urinieren sie sich weg. Nein! Nein! Scheiße! Oh, super. Oh, super. Alter, Eragos. Autsch. 20% Schaden, ey. Kacke. Hat er da gerade so ein Opus Beatstum gefüllt, der Kasten geplägen. Echt doof, ne? Oh, ich bin reingesaugt. Ja, die fliegen zu der Jahreszeit extrem durch die Gegend. Fahrwerksabstum. Wurde noch nicht optimiert. Wow. Das wäre super. Hm, die Bremsen gehen aber noch gut. Oh, du Sack. Nein! Sack, du siehst. Sorry, Max. Ich wollte es einfach mal probieren. Da fahr vorbei, komm. Also, die erste Erfüllrenze. Der ist so mit dem Gummiball weggebounced. War ganz gut. Ja. Alter, das hat echt gut funktioniert. Dafür, dass ich das Auto ans Haus gesetzt habe, zieht der eigentlich noch ganz gut. Das Auto, was ich eben auch gebaut habe, macht halt nur Sinn, wenn die Kollision dauerhaft an ist. Ja, sollen wir einfach mal... Ich meine, jetzt ist es eh entschieden. Rot hat gewonnen, aber sollen wir einfach mal die ersten 30 Sekunden beim nächsten Mal einfach stehen bleiben? Ja. Dass die Kollision von Anfang an da ist? Ja. Können wir machen, ja. Macht wenigstens Spaß. Der Start wird interessant. Mal gucken, wer auf Zweiräder ins Ziel kommt. Ich bin dafür, dass die untermotorisierten Autos einfach mal vorfahren. Okay. Ich bin dafür, dass Andi vorfährt und uns entgegenkommt. Warte mal, dann kommt die mir aber alle von hinten. Ich wäre einfach dafür, dass ich jetzt schon mal ins Ziel fahre und wenn ich dann drin bin, dürft ihr auch starten, was? Kannst du mir suchen? Das sind nur die 30 Sekunden. Kurze Frage, was passiert, wenn ich einfach trotzdem losfahre? Dann wirst du erschossen. Dann, äh, Gentleman's Agreement und so, ne? Kennst du? Ja, ja, Gentleman. Ja, lieber, lieber der Frau die Tür aufmachen als Gentleman gelten, bevor sie die Tür aufmacht und das Teil vermackt. Ganz gut. Uh. Uh. Da weiß jemand den wahren Grund des Türaufweils, aber zumindest mal beim Auto, ja. Ja, die Haustür ist mir egal. Türchen mach ich nie auf. Die Haustür kannst du ja fast nirgends übergegenhauen, da musst du ja schon das Haus auf die Straße stellen, oder? Komm, da fahren wir dich schon, wenn du aufmachst. Mit wem bist du da zusammen? Mit dem Tür so abreißen, dass er gegen das Haus dagegen fliegt? Ja, ich weiß. Einfach Tür mitnehmen und gegen die Nachbarbahn schmeißen. Ja. Macht man ja alle Tage, ne? Es passiert schon mal, wenn man die Tür auf den Alpen... Ist das gar nicht... Ist das nicht die Strecke, die du gemeint hast? Das ist ja... Ne, es gibt auch eine, wo du über den Block springst. Ja, aber das ist eine Rundkursstrecke. Oh, nee. Es gibt auch einen Sprint, oder? Das ist ein Sprint. Wenn ja auch alle die BXR-Teststrecke fahren, mir das nicht an. Ja, das Finale halt. Aber ich kenne eigentlich nur eine Strecke. Ach so, tatsächlich. Das ist ein Rundkurs, glaube ich. Ja, schade. Vielleicht kommt es ja auch nicht geil. Hier haben wir die Windmühle, das ist auch gut. Wunder, dass ich mich da jetzt schon hingebrotet habe. Ja, mal gucken, wir kleiden die Entwickler, oder? Wie bitte? Wir bleiben bestimmt alle an der Windmühle kleben. Machen wir die Entwickler, oder machen wir einfach... Durch die Windmühle durch? Was? Nein, nicht ja. An der Windmühle hängenbleiben. Mhm. Aber alle. Kommt auf Anwendung, wir fern. Also machen wir das so, die Untermotorisierten dürfen leicht machen. Nein. Mann. Die sind selber schuld, wenn sie untermotorisiert sind. Ach komm Teams, das ist jetzt auch egal, lass mal weg. Alle kippen. Wir haben ja eh schon gewonnen. Ja, Rot hat eh schon gewonnen. Fast, ich bin Rot, ich habe gewonnen. Mein Beileid. Nächstes Mal Sonnenschutzfaktor 50. Ja. Das ist dann der SSF. Ja, also stehen bleiben die ersten... Also ich würde sagen einfach, wenn Renndauer bei 30 steht, darf man Gas geben. Ja, dann tun wir dies. Ich glaube, bei 27 geht's los. Nein, 30! Also ein bisschen Gas geben, sonst fliegt er raus. Ja, du darfst ja auf der Stelle halt Gas geben, aber halt nicht vom Fleck fahren. Bei 30 Sekunden darfst du vom Fleck fahren. Vom Fleck fahre. Vom Fleck fahren. Supernoop, wird das noch was, oder? Ja, ich bin beigetreten. Nucleon. Nein! Oh, das war keine gute Idee. Äh, im Übrigen ist... Achso, das habt ihr eh schon gesehen, wir sind wieder im Herbst angekommen. Weil nach Frühling kommt Herbst. Logisch. Ja, ich mache das auch so. Macht Sinn. Braucht dich nicht rechtfertigen. Also bis jetzt finde ich das soziale Experiment sehr interessant. Also bis jetzt gab es echt noch keine wirkliche Hassattacken. Nicht, dass ich das möchte. Ich finde das sehr gut. Die kommen... Das ist sehr löblich. Die kommen dann, wenn man es nicht anspricht. Die kommen dann, wenn man... Ich glaube, die kommen dann außerhalb vom Rennen. Außerhalb vom Rennen. Man könnte Markenduell auch so machen, weil dann zählt noch ein Punkt dazu, welche Karre einfach länger hält. Also so extra, als extra Format. Genau. Crash Derby, man. So, also alle stehen bleiben. Ach, leck mich doch. Nee. Nee. Ich habe es dir gesagt. Ich habe dir gesagt, sobald die Startposition relevant ist, ne? Nee. Und du kannst ja von hinten alles aufräumen. Ja, also ob das jetzt relevant ist. Ja, ist relevant. Also wenn die Server jetzt unsynchron laufen. Dann ist es halt so. Ich kann euch ja nochmal zur Sicherheit sagen, wenn 30 ist, wenn ich bei 25 schon losgefahren bin. Ja. Also ich bin jetzt im Ziel, der könnte jetzt losfahren, okay? Ich bin jetzt schon vorne. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Zehn Minuten mehr ist das dann auch. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist dein Problem, wenn du selbst Zerstörerreifen gemacht hast. Hey, ich habe Straßendreifen nur aufgepuckt zu gehen. So, zehn Sekunden noch. Mach mich nicht nervös. Bitte. Okay, Ray, darfst losfahren. No, Mann. Ich bin einfach von uns vorgesprungen. Ach du Eier, was ist das denn? Alter, 63% bist du im Arsch. Ähm, da kommt Porsche angeflogen. Ja, du bist auch gar nicht gut reingeklappt, ey. Ja, wieso hab ich der Opel wegschieben können? Das ist wunderschön. Ah, fuck. Schick dich! Ich hab dich geschoben. Bei mir hast du mich schön am Kontrollpunkt vorbeigeschoben. Ah! Ist ja richtig. Find ich jetzt nicht, aber... Aua! Keine Ahnung, wie du dir das vorgestellt hast. Ähm, du musst hier entlang, okay? Ah, hier geht's lang. Als du die Strohballen mit 50% Motorschaden macht. Ich hab 90. Ja, die Strohballen sind richtig heftig. Au! Die haben übrigens auch extra Höhen. Oh, 2% Motorschaden. Mein GTR geht auf jeden Fall. Alles klar. Alter, da... Dieser Ram, ne? Ey, kommt ein Weihnachtsmann seine G-Klasse, die müssen wir doch noch kriegen, ey. Oder auch nicht. Fuck. Ich hab 100% Motorschaden. 100% Lenkung, 100% Kupplung, 100% Getriebe, 100% Antifel. Ich schütze. Ich schütze. Alter, das ist alles zu 100% abgelassen. Wow, schön, dass ich das mitgekriegt hab. Ah, eine Brosche. Kommt der jetzt, ja? Oh ja, der Sprung, der wär das geil. Der hat mitgekriegt. Der hat mitgekriegt. Oh! Ey, du kannst doch nicht so asozial fahren. Ohne Witz, Ray. Kannst du nicht tun. Hä? War da was? Ey, da ist halt ein kleines Beats da rumgeflogen. Ja. Schade. Boah, ich hasse dich. Soll du für Sicherheit lieber selber schon in die Wand fahren? Das ist doch nicht wahr. Ich schaff's noch. Ich schaff's noch. Ich schaff's noch. Kaum eins können wir noch machen, würde ich sagen. Bombe, wie viel Motorschaden hast du? Komplett an. Ich hab's euch natürlich nicht, ja? Überall. Ich glaub, bei vorher hat das Rennen aber schon schwach angefangen. Ich weiß nicht, dass ich sowas von erwischt. Wie bitte? Oh Gott. Bei Bomber hat das Rennen schon schwach angefangen. Ja. Und nochmal stark. Und als ich dann noch gegen die Mühle geflogen bin... Ich hätte den Sprung bei der Mühle nicht machen dürfen. Das war tödlich. Wie willst du da sonst vorbei? Echt? Ich hätte einfach... Ich hätte einfach... Da springst du genauso. Ich hätte einfach Ray meinen müssen. Aber du... Hast du nicht so die kasse Schanze dort? Ja, wer mich rammt, wird zurückgerammt. Da kenn ich nix. Gut gebannt. Nee. So. Nochmal eins oder was? Ja. Dass Andi auch noch auf seine Kosten kommt. Für den SV. Wow. Ich glaube, bisher bin ich am meisten geraged. Und ich habe es einfach nur bei mir mitgekriegt. Das kann auch sein. Also die Lobbys findet er heute echt richtig schlecht mal wieder. Geht wahnsinnig schnell. Das geht auch immer super schnell. Ne, manchmal geht es echt ganz gut, aber heute ist irgendwie nicht so. Da ist ja noch eine Wunschjahreszeit. Winter. Ja, ist leider nicht geworden. Bade. Winter ist in ihrem Leben leider nicht verfügbar. Ne, in unserem Leben gibt es nur Frühling und Herbst. Zwischen Erblühen und Sterben ist alles dabei. Neu. Ich hoffe sie das First World DLC, um diese Jahreszeiten freizuschalten. Das ist heute der Klimawandel. Dann wären wir ja bei EA, oder? Sie können im Winter dazu kaufen. Ja. So, sind alle schon drin? Ne. Nein. Oh, die Hälfte. Da fehlt eine Greta Expansion. Ich bin nicht drin. Mit voller E-Auto. Mit einem Katamaran über den Ozean segeln, oder was? Da kann man dann nur zu Fuß gehen, oder wie darf ich das verstehen? Ja, so ungefähr. Du darfst auch nur noch Gras fressen. Ja, aber die haben ja auch Gefühle. Ja. Die Grashalme. Ja klar, aber mal schauen, wer dann drei Hektar am Tag schafft. Habt ihr gesehen, wie fröhlich sie im Wind wehen? Habt ihr das gesehen? Wen? Ja. W-Ten, du musst in Vergangenheit vor allem sprechen. W-Ten, die armen Gräser. Wer soll jetzt die ersten Runden überleben? Bei der Strecke? Ich. Keine Ahnung. Sind jetzt alle da? Äh, ich bin normales Green. Ja. War super. Äh. Ja, alles klar. Spielst du auf der Xbox 360, oder was? Ja, gefühlt schon. Jetzt sind alle da. Ja, los geht's. Irgendwie... Annehmen. Ich bezweifle, dass es in meinem letzten Forza läuft. Oing. Ich kaufe dir ne Switch. Ja. Da läuft hart. Da gibt's bald einen Forza Horizon Switch. Ja, mit einem Auto. Drei Quadratmeter Map. Ja. Geil, Alter. Halt den Leistungen. Oh nein. Der Switch angepasst. Aber zumindest sind die Motorgeräusche besser. Die sind dann mit dem Hund aufgenommen, oder wie? Weil man... Weil man... Weil man nur noch den Lüfter hört, oder was? Ich weiß nicht, was du dir davon erhoffst. Ey. Was denn? Es ist... Es ist diskriminierend. Zum Glück habe ich auf Offroad Reifen gesetzt. Nicht. Habe ich aber auch nicht. Du weißt aber welche drauf. Ja, der standardmäßig, aber es gibt bessere. Der hat nen kompletten Auflageumbau und der fährt sich auf der Straße viel besser als Offroad. Da würde ich mir mal Gedanken drüber machen. Über die Einbauteile. Ich hab nix zum Einbauen. Außer Reifen bisschen breiter. Ja, das ist ja immerhin, ne? Hm? Jetzt hat man schon nicht so viel zum Tunen und kriegt nicht... Und kann nicht mal ein Drittel davon einsetzen. Ja, gut. Bei diesen Rennwagen ist meistens eh nicht viel. Kannst du Luftmengenbegrenzer rausbauen. Also einbauen. Nicht mal. Turbo. Eine Turbo-Stufe. Das war's. Turbo! Genau. Rennbremsen gingen rein. Weitere Reifen. Eigentlich. Felgen sind schon am leichtesten drauf. Von daher... Ja, natürlich! Alter, leck mich doch! Nee. Kann man noch nicht. Ich hab nen Dischavüte, hab ich grad schon mal gesagt, oder? Ja, ich weiß. Okay. Ich war mir selber nicht mehr so hier. Warten wir wieder bei 30 Sekunden? Oh? Nee, bei 27. Okay. Okay. Oh mein Gott. Nee, Murmel. Gerade vorher ging die Kollision bei 27 aus, deswegen. Machen wir 27. Wir starten dann, wenn man dann die Kollision angeht. Können natürlich auch versetzt machen, ja? Der Erste startet bei 30, der Zweite bei 29, da drinnen Heim haben wir nicht. Weißt du, was lustig wär? Nee. Das gleiche auf der Nordschleife. Ein Witz. Boah, ich wollt grad schon was geben. Schon wieder, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ne? Das hab ich gesehen. Murmel ist schon wieder durchgefahren. Ich hab dich vorgemogelt. Du musst doch reinmogeln. Du musst doch reinmogeln auf der Nordschleife. Wo kommt der Murmel? Dieser Murmel. Dieser Murmel. Wenn ich jetzt schon mal ein Stückchen los war, das kriegt ja keiner mit. Weil ich eh ganz hinten stehe. Ich bin drauf. Was? Hm. Einfach außenrum von der Tribüne fahren. Max, einfach mal stehen bleiben. Alle jetzt sind rückwärts gar nicht. Ich glaub, ich fahr jetzt einfach schon mal los oder so. Ich glaub, jetzt fahr ich schon mal los. Wie du? Okay, jetzt dauert es irgendwie länger, bis alle sichtbar werden. Wow. Ey, wir sind falsch. Das Spiel ist komisch. Oh! Max, wirklich als letztes wieder sichtbar. Oh, Andi, ey. Kannst du nicht fallen, oder? Das ist eine Kurve, ja? Das war ein Checkpoint, Andi. Das geschieht ja jetzt gerade recht hier so. Andi, Andi! Andi! Oh! 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 Was war das? Und bei mir kommt da so ein Lohn ist von oben drauf geflogen. Ach nein, Andi ist immer noch gelungen. Bäume! Bäume! Das ist ein Baum. Das ist ein Baum. Okay, lass die Bäume stehen. Oh Gott. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Greta wird mich, Greta wird mich hassen. Kann man den Berg da auch umfahren? Nein. Nein. Ja, natürlich. Ach nein! Ich bin jetzt am überlegen, ob ich einfach bremse und einfach runterfahre. Geht das überhaupt nicht beschneiden? Weil dann fällt dein Motor als erstes runter. Ist egal. Mein Motor ist vorne. Oh, warte, 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 warte. Ich hab nach dem Sprung 20. Bei mir ist der Motor rausgeflogen nach dem Sprung. Jawohl, danke. Bei mir ist mal Anführungswelle und die Triebel ein bisschen. Und jetzt hat er einen Checkpoint verfasst. Aber Hauptsache nie die Upgration. Wer? Ja. Ja. Verdammt! Ja! Rex Fleming sieht auch so brause, wenn er sein Zeichen hat. Ich glaub ich hab keine Lenkung mehr. Ich glaub's nicht. Ja, ich... Der ist... Der ist... Der ist... Der ist tot. Mach halt ab, Andi, he. Okay. Traum verzähl ich. Ja, ja, ich bin... Ich bin tot, Moritz. Erf jemand mit einem Haldenauto, aber nicht mich. Dein Stoß hat mich grad getötet, ey. Okay. Nice. Okay. Du musst mir grad 100% Motor-Schaden bepassen damit. Nein! Ich hab nichts gemacht. Richtig. Helder, ich wenn irgendwas trefft, das Auto fängt sofort an hin und her zu zucken. Ja. Traurig ist das Murmeln, trotzdem noch schneller als als ich... Au! Au! Da hab ich's aber Schwein gehauen. Ich hab glaub ich da irgendwie so eine Krache direkt hinten. Ich hole gleich. Das ist doch nicht normal. Nein! Das machst du nicht! Nein! Ich hab Heckflügel verloren! Ich weiß nicht, ob du zu einem vornen fahren solltest bei dem Sprung. Ja, ist egal. Auf ihn drauf, Andi! Los geht's! Kopf einziehen, mein Freund. Ja, ja. Ja. Ähm, Murmeln. Ich hab nach hinten geschaut, lass mich. Läuft nicht, Murmeln. Läuft nicht, Murmeln. Läuft nicht. Rollt nicht. Ja, das ist schief. Ich bin aber echt spät. Ich kann schon sagen, der Porsche sieht schon geil aus ohne Heck-Spoiler, ne. Aber... Die Brünge sind halt super fremdbar. Kann mich irgendjemand hier anschieben? Ich fahr nur noch 30. Ich komm gleich. Warte, wenn's Andi kommt, dann geht's. Ergung, das geht immer noch 10. 4,6. Danke, ich seh'n grad. Sag mal, Andi drehe mal rum und nehm ich mal hinten einen Haken, weil... geht ja gar nicht her. Hab keinen Haken. Ich brauch nen Abschlepper. Du brauchst Grün-Haufen. Ich glaub, das ist irgendwo ein Haken bei der Sache. Moment mal, ich bin auf Plan 7, wie geht'n das? In dem du hinter Platz 6 bist. Ja. Boah. Auch meine Karte geht gar nicht mehr gut. Oh, das war echt hart, der Schlag. Bei irgendwas in 6. Wurst, dann denke ich, er hat mir nicht richtig mit meiner Freundin in die Seite geballert, sodass er in die Mauer geschossen ist. Doch. Ich hab so wenig Gleis, äh, so wenig Gleis, wenn ich die Leistung schon, dass ich spür. Ich sag nur so, Aufhängung ist bei mir wahrscheinlich schon für's Dach rausgeschossen, so wie die Kerre fährt. Oh, oh. Der ist wie so'n Sack Schrauben, den man dazu unter sich hucken hat, ey. Ich glaub, wir sind auch noch im Motor drin. Ja, so klingt das irgendwie. Das ist bloß 46 Sekunden. Digga, warum bin Schatten? Jawoll. Richtig. 68%. Wann hab ich mir die denn eingefahren? 87% Motor Schaden. Wat fährt da denn? Motor 36, ich liebe 70. Mein Dank geht raus an Andi. Was? Ach, ich weiß nicht. Zu spät reagiert. Ich hab's noch gesehen, dass du kommst von hinten. Aber leider zu spät reagiert, ey. 300. Ich hab doch schon 100% Schaden. Egal. Aber natürlich, die Runde ruhe ich nicht. Ich weiß nicht, dass es nicht auch bis zu 200 geht, ja? Hey, Erdos. Komm den Berg nicht mehr hoch. Boah, hab du mit deiner leichten Dreckskarre da? So lange ich da sitzen kann, bin ich nicht zufrieden. Jetzt hat er mich ja noch überholt. Ich krieg's kurz. Ei, ei, ei. Die haben gesagt, es macht Spaß. Ja, hat funktioniert. War tatsächlich, hat mehr Spaß gemacht, als es schlimm war. Ja. Ja, ich glaub einfach, wenn man im Vorfeld weiß, auf was man sich da einlässt, dann geht's. Ich glaub aber, wenn man halt irgendwelche Duelle fährt, wo's wirklich eigentlich drauf ankommt, zu gewinnen oder sonst was, und ja, der Spaß halt nur sekundär da ist, dann ist, glaub ich, der Frust und die ganze Geschichte größer. Deswegen, das nächste Mal geht's um was, ja? Ich will euch leiden hören. So, egal. Das soll's gewesen sein, auf jeden Fall. War ein Zuschauerwunsch. Schreibt gerne, ob ihr damit zufrieden seid. Es war doch weniger Chaos, als dann doch gedacht. Aber ich glaub, das liegt auch immer ein bisschen so an den Personen, die mitfahren und wie die Autos aufgebaut sind. Denn die waren zum Teil doch schon sehr unterschiedlich und sind dann auch sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten gefahren. Naja, so das so. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Däumchen noch oben da. Checkt die anderen Sichten aus. Wir sind raus. Bis dann. Ciao! 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 Ciao!